Ich habe jetzt ein kleines Rollenspiel für dich hier und zwar, stell dir mal vor, du bist Kriminaloberinspektor und ihr habt schon, du und dein Team, ihr habt schon vier verdächtige Formen festgenommen. Und um die Tat jetzt aufzuklären, habt ihr auch Gott sei Dank drei Zeugenaussagen. Und der erste Zeuge hier, der sagt, die Figur, die die schreckliche Tat begangen hat, die hatte zwei Paar gleich lange Seiten. Also wir brauchen eine Figur, die hat zwei Seitenpaare gleicher Länge. Und dann gucken wir uns mal an, diese erste Figur hier, das mit diesem Strich angegeben, dass diese Seite genauso lang ist wie diese Seite und diese zwei Striche geben an, dass diese Seite genauso lang ist wie diese Seite. Also wir haben ein Paar und ein zweites Paar gleich langer Seiten, also die könnte es gewesen sein. Ja, ja, was haben wir hier mit dem Kreis? Der hat natürlich nicht zwei Paar gleich lange Seiten. Also den können wir vergessen, der war es nicht. Der Kreis ist schon mal nicht mehr verdächtig. Die dritte Figur hier ist ein Drachenvieh-Eck. Da haben wir hier natürlich auch gegeben ein Paar parallele Seiten und hier ein zweites Paar parallele Seiten. Also ja, unser Drachenvieh-Eck könnte auch die Tat begangen haben. Und diese Figur hier, das ist ein Pentagon, da haben wir also fünf Seiten. Aber auch hier wird gesagt, diese Seite ist genauso lang wie diese. Also erstes Paar gleich lange Seiten. Und diese Seite ist genauso lang wie diese. Also wir haben ja auch ein zweites Paar gleich lange Seiten. Also unser Pentagon ist auch noch nicht befreit von der Verdächtigung. Okay, erster Zeuge, Dankeschön, hat schon mal geholfen. Jetzt gucken wir uns die zweite Aussage an. Da steht jetzt hier, die Figur war ganz bestimmt ein Viereck. Also wir suchen ein Viereck. Was fällt da natürlich weg? Also wir haben hier ein Viereck. Ja, du bist ein Viereck. Der Kreis ist immer noch kein Viereck. Der ist, glaube ich, schon nach Hause gegangen. Dieses Drachenviereck ist natürlich ein Viereck. Und das Ding hier unten einmal gesagt hat, ein Pentagon. Pentagon kann es also nicht gewesen sein. Wir haben also den Kreis schon ausschließen können und dieses Pentagon. Also wir brauchen noch wirklich die letzte Zeugenaussage. Was sagt die? Die Figur hatte keine rechten Winkel. Also dann können wir natürlich jetzt feststellen, dass in so einem ollen Rechteck, da haben wir natürlich rechte Winkel. Die sagt aber keine, die Aussage. Deshalb kann das hier nicht der Täter gewesen sein, weil diese Figur hat rechte Winkel. Hier sind wir nach wie vor bei Nein, weil ein Kreis hat natürlich auch keine rechten Winkel. Hier sieht zwar fast so aus, als könnte hier ein rechter Winkel sein, wurde uns aber jetzt nicht angegeben mit so einem Zeichen hier. Deshalb gehen wir mal davon aus, dass dieses Teil hier vielleicht ein bisschen größer als 90 Grad ist, vielleicht 91 Grad. Also diese Figur hat laut Aussage hier oder laut Beschreibung keine rechten Winkel. Und auch wenn wir da letzten Form drei Winkel sehr verdächtig nach rechten Winkeln aussehen, sie sind nicht vier rechte Winkel. Aber wir haben es ausgeschlossen, aufgrund der Tatsache, dass es ja kein Viereck ist. Deshalb, wer war der Täter? Genau, das Drachenviereck. Und dann gucken wir mal, ob du den Fall richtig gelöst hast. Yay! So, jetzt geht's das Mal. Okay. So, jetzt geht's das Mal. 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 Vielen Dank.